Hallo und Willkommen zurück bei Ghost Recon Wilde Lines mit Amri. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit. Wir sind im neuen Gebiet und haben auch schon einen kleinen Nebeneinsatz. Ja, also wir haben außerhalb der Aufnahme bzw. eine Aufnahme ist leider das Fell defekt. Und wir hätten das da schon gemacht. Also wir finden jetzt nicht mehr alles, was es da gibt in der Ortschaft. Aber es zeigt uns jetzt etwas Neues an. Gibt es einen zum Verhören. Und jetzt holen wir das noch einmal kurz nach. Passt. Ja, das macht toll. Du bist da ein Stück weit da oben. Ich rob mich da mal nach vor. Oh, ich bin da runtergefallen, glaube ich. Das kommt davon, wenn man durchs Fernglas schaut und sich dabei bewegt. Ich hoffe, dass ich einzelne erwische, die irgendwo vorbeikommen. Aber es leuchtet danach. Nicht allein. Aber vorher war es besser dran. Da habe ich die zwei im Zelt gesehen. Ich weiß nicht, was er schon ist, oder? Hm? Hm? Da ist jetzt da einiges aufgedeckt schon. Jetzt werde ich nach oben gehen. Ich werde weg. Geh, bitte. Ratten. Ja, ich würde sagen, wir machen einmal da diese Dreiergruppe, ne? Ja. Ja, warte mal. So. Geht's? Ich lege einfach los. Nein. Jetzt sitze ich da hin und ich sehe ihn nicht. So. Soll ich ihn markieren? Ich habe jetzt den, der gerade rauskommt. Ich habe den, der ist drinnen unter dem Zelt. Jetzt geht meiner wieder da rein ins Vortrag. Ja, ich sehe beide. So, ich habe ihn. Geht? Ja. Drei, zwei, eins, zwei. Boah, meiner, der hat gerade gewechselt. Das kann nicht wahr sein. So. So, eine kleine Route. Du einzugst, geh da wieder hinter die Säule. Ja. So, irgendwo ist da ein Loch, einer. Ja. Ich glaube, der ist im Zelt. Im Zelt? Ja. Dass man da nicht durchschießen kann. Brauchst du da nicht? Und da ist aber nichts. Da ist nichts, gell? Ich gehe da mal runter. Ich sehe ja, ehrlich gesagt. Ah, da steht der LKW, der ist da in so einer Senke. So. Uh. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich weiß im Gebäude... Da ist er. Ja. Aufhören. Hab ihn! Seh schon. Im Gebäude sind welche. Da steht einer an der Tür. Ja. Schaut aber, dass der andere, der da drinnen ist, den sieht. Ich seh den an der Tür. Und da läuten das Auto drinnen, gell? Achtung, leg dich hin, wenn du zur Not bist. Hm. Und die vielleicht an der Rückseite? Ah, siehst du, da ist mir dabei. Kann ich nicht erwischen. So. Okay, zumindest laufen jetzt alle zu mir. Da läuten wir drauf. So, wo bist du? Wo bist du draussen? Ich bin genau da, du. Ja. Ah ja, ich seh den schon. So. Dann stellen wir die Tür schnell auf. Bevor die Nächsten kommen. Dann. So. Wie wird die Lama gewechselt. So. Wie wird die Lama gewechselt. Wie wird das denn? Dann sieht, wie wir doch hier. Dann ist wecky. Hoppala! Nicht schießen! Der ist weg. Der andere steht direkt bei dem... Ah, da läuft Da läuft wohl noch. Wo ist der jetzt? Sind der Mauer-Rebellis? Weg mit euch! Wo ist der? Der leuchtet jetzt. Der hinter der Blechmauer. Ich muss noch einmal stehen. Ja. Er hat jetzt den Rebellen erschossen. Der steht hinter der Mauer. Jetzt ist er gerade rüber. Jetzt muss er bei dir sein. Jawohl, das war er. So, dann läuft noch Fahrzeug und müssen den verfolgen. Geradeaus ist er Cheap. Ja, passt. Den nehmen wir. Bevor er uns der Gans abkommt. Okay. Ich bin im Jeep. Achso, kommst du rein im Abwehr. Ach, jetzt ausgängst du. Echt? Ja. Der ist einfach gehört zum nächsten Stützpunkt. Mhm. Ach, der Radio. So. Ach, was ist denn? Den wollen wir aber nicht. Könnten wir aber gleich mitnehmen. Äh, und du glaubst den Pacwa? Nein, Geschütz? Wir müssten eigentlich nur den Fahrer wegschießen. Okay. Äh, ja. Wenn er uns nicht überfährt. So. Okay. Du! Ich schau, dass ich vor einen hinkomme. Ja. Kannst du eigentlich nach hinten an, oder? Du! Oh, das ist nicht zu einfach. Aber er steht! Er steht! Ja, du hast ihn erschossen. So, aussteigen. Oh, nicht explodiert! Warum ist der jetzt explodiert, bitte? Ja. Aber wir können es markieren. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Und jetzt gleich mal unterwegs zu dem Leutnant. Per Fuß? Ja, es sind 400 Meter sind es jetzt bei mir. Unser Jeep schaut auch nicht mehr gut aus. Ja, bis wir den Startlern haben. Das ist noch ein Tango. Gut, ich wechsle Positionen nördlich. Also. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Okay. Abschluss bestätigt. Okay. Auf, 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 auf. Ich bin jetzt wahrscheinlich jetzt in der Sackgasse. Ja. Ja. Okay. Da kommt er drauf. Ja. Kacke. Hm. Ich sitze in dem Hohlweg, das ist ja sehr unangenehm. Das war ein... Entschuldigung. Ah ja. Ich hab mich versteckt. Ja. 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 Das war's. Der fordert sicher wieder zum anderen Stützpunkt. Das Schwein hat uns erkannt und hat sich dünn gemacht. Das passiert nicht normal. Neben mir steht er noch. Ja. So. Wo stehst du da? Ich liege da an der Wand. Was ist denn da? So. Einer müsste da noch irgendwo sein. Aber oberhalb von uns. Da ist er. Das war's. Ah, da ist noch einer. Na wohl. Da kommt er. So. Ich glaube jetzt tun wir es. So irgendwas ist trotzdem in dem Gebäude. Mhm. Mit der Information oder so. Die Information erfüllen. Ah ja, Nachschub. Mit dem Nachschub können wir uns Vorräumen von den Rebellen verliehen. mit dem Nachschub werden wir uns vor. Die Stärkung rückt an und fährt weg. Sie müssen, woher steht. Coole Information. Okay. Die Stärkung rückt an und fährt weg. Die steigen jetzt dort aus. So, ich lauf wieder hinten nach. Nein, du steckst einen. Hä, echt? Cool. Schauen wir mal schnell. Ja, der ist... Da haben wir leider noch keinen Respawn jetzt, aber da im Hafengebiet da unten, da zeigt es. Und dann Ausrüstungsteil. Und dann schauen wir da mal. Ich werde Bolivien verlassen, ist auch der Friedhof. Übrigens, der nächste DLC ist angekündigt zu Don Glänze Ghost Recon Wildlands. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, wird eine Spezialeinheit auf die Ghost Recon eingesetzt. Das spielt dann, nachdem man den Drogenbaron schon erledigt hat. Okay. Ich habe nur den Scharfschützen erledigt. Die sind praktisch großteils gegen Unidat und diese Spezialeinheit. Okay. Also, die dürften ein bisschen bessere Fähigkeiten haben, als wie die normalen Umidat sind, praktisch mit den Ghosts zu vergleichen. Wird sicher spannend. Ich hole mir den in dem kleinen Häuschen da. Ich traue mich schon nicht mehr schießen, weil da steht jetzt der Pendelator dazwischen, dass der wieder die Kugel aufhält. So, weg ist er. Markierst du den bitte, den du nehmen willst, da herunten bei den zwei? Ich sehe jetzt beide sehr schön. Ich sehe auch beide sehr schön. Gut, passt. Moment, ich steige noch um. So, war dann. Drei, zwei, eins. Okay, in der Halle herunten ist einer, der ist schön zum sehen. Warte mal, nein, da ist nicht einer. Nicht, dass ich da... Jetzt im Moment habe ich kein ordentliches Blickfeld. Ich wechsle da mal ein bisschen. Schauen wir mal, ob es von da besser ist. Den da könnte... Nein, der geht mir jetzt weg. Unten oder oben? Ich sehe gar keinen, aber dann halt nur zu tief. Dass das Casino etwas höher liegt. Aber du kannst ja... Ich habe den sehr gut im Blickfeld. Und der zweite wäre hier. Er hat den zweier sehe. Okay. Den 1, 2, nehm ich. Ja. 3, 2, 1. Okay. Okay, jetzt sind sie alarmiert. Shit. Da läuft einer, da läuft einer. Da läuft die Treppe runter. Gleich kommt er raus. Ich steige auf die Lame um. Wie ist das? Da sind super, wie ich nicht markiert. Mhm. Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Ich fliege. Da war am Parkplatz einer. Der ist irgendwie gespaumt. Was ist jetzt? Woher? Ja, das frage ich mich. Rebellen sind aufgetaucht. Die liefern sich gerade ein Gefecht. Okay, also das ist jetzt alles draußen, oder? Mhm. Vortür, Tür. Erledige du deins. Ja, die Rebellis haben es gereinigt. Na, da laufen wir schon welche herum. So, ich schau mal, ob ich die mein Scharfschützengewehr erledigen kann. Was? Okay, jetzt. Ah, das sind jetzt welche mit dem Bruder ankommen, oder was? Ah, super. Super. So, ich erhebe mich wieder. Ah, okay. Ganz woanders? Tut gut. Diese Stie-Kompen. Ja, wirklich, weil. Da stehen welche. Den nehme ich mir gleich. Ach so, das ist ein Meer. Ja, aber nur einer, also. Hm, okay. Okay, erledigt. Sehr gut. So, und jetzt müssen wir da im Casino, glaube ich, Sachen zerstören, oder so. Das ist richtig verstanden. Immer wie das machen. Ich komme gerade hoch, hergehe weg. Hm, die Mädels. Auf jeden Fall ist da wohl eine Waffenkiste, glaube ich. Da gibt es Kukurin und sonst, heißt es. Sollen wir da draufschießen? Ich will sie im nächsten Flieger raus, dass wir hier sehen. Weiß ich nicht. Wie zerstört, ey. Was willst du denn zerstören, oder was? Wir sollen die Automaten und die Casinofische zerstören. Ah, Sprengstoff vielleicht. Ja, aber ich habe ja nicht 2,40. Wir müssen im Sprengen dann wieder 100 Zivilisten mit. Achtung, weg, weg, weg. Jo, so funktioniert sie. Okay. Ich kümmere mich. Mich. Vielleicht kann man auch schießen, auch. Keine Ahnung. Granate fliegt. Ja, schießen geht auch. So, schießen geht. Funktioniert gut. Wir sehen gleich den. Ja, ja, wirklich. So, dann gibt es irgendwo anscheinend noch ein paar. Da ist noch ein Tischchen. Ich schaue mal hier oben. Ah ja, da oben sind andere welche. Da ist noch ein Himmel. Irgendwo was. Oh, das ist... Oh, das ist... Okay, abends. Sehr fein. Das erregt mit Sicherheit. Kassiert das Aufmerksamkeit. Würfen wir jetzt eine Runde oder ist der Tisch im Arsch? Okay. So, irgendwo ist da Munitionskiste. Das mag ich aber da oben, oder? Egal. Raus. Da vorne ist auch noch eine. Raus, raus, raus. Die steht da. Ja, natürlich. Am Parkplatz. Genau, zur freien Entnahme. Oh, ein schönes Wigelchen steht da am Parkplatz. Ja. Schauen wir gleich mal, wo es hingeht als nächstes. Und zwar nur da Fertigkeitenpunkte und eine Waffe. Okay, das ist das Ding mit der Alarmanlage. Ah, meinst du das große? Ja. Ja, das kleine. Ich fahre. Ja, nett. Okay. Gibt es ja Licht? Keine Ahnung. Licht? Licht?